Viele von euch nutzen bestimmt therapeutische Spiele und auch Memos in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ich wollte euch heute einmal das Ressourcen-Memo vorstellen und dazu schauen wir erstmal in die Schachtel rein. In der Box findet ihr ein Booktip mit vielen Anwendungsbeispielen und Hinweisen und 60 Bildkarten mit 30 verschiedenen Motiven. Hier eine kleine Auswahl der insgesamt 30 verschiedenen Bildkarten-Motive. Wir haben euch eine große Auswahl an ganz unterschiedlichen Bildmotiven aus dem Ressourcenbereich zusammengestellt, sodass für jeden etwas dabei sein sollte. Wenn ein passendes Memo-Pärchen gefunden wurde, dann geht es darum einmal zu sagen, ob man diese Ressource bereits hat oder kennt oder vielleicht erlernen möchte oder bei jemand anderem kennt, bevor man das Pärchen sein Eigen nennen darf. Andere Alternativen findet ihr auch noch im Booktip. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Ressourcen-Memo in der therapeutischen Arbeit.